Musik Hast du ein Problem damit, nach außen zu zeigen, dass du Christ bist? Das Evangelium weiterzugeben, Zeuge zu sein, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden, am Arbeitsplatz, in der Schule. Weißt du, mir ging das lange, lange Zeit so. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Und wenn ich mich dann doch irgendwie durchgerungen habe, dann war das so verkrampft und so unfrei und eben nicht locker und überzeugend und selbstverständlich. Ich habe dafür gebetet und der Herr hat mir im Laufe der Zeit daraus geholfen und es fällt mir heute natürlich viel leichter, über den Glauben zu sprechen, über Jesus zu sprechen, Zeuge zu sein. Und das ist etwas, wo der Herr mich hineingeführt hat und wo er auch dich hineinbringen will. Mir ist aufgefallen, dass die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben und Zeuge zu sein, in der Bibel etwas mit unseren Schuhen zu tun hat, mit unseren Füßen zu tun hat. Und das ist ein eigentümlicher Gedanke. Weißt du, in Epheser 6 wird die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung beschrieben. Und da heißt es, Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe darüber nachgedacht, was das bedeutet. Und wenn ich mir das so ausmale, ist das ähnlich, wie wenn du dir jetzt einen Kämpfer vorstellst, wie in der geistlichen Waffenrüstung da beschrieben. Der hat alles. Der ist umgürtet. Der hat ein Schild. Der hat sein Schwert. Der hat einen guten Helm. Der hat den Brustpanzer. Der hat alles. Der ist perfekt ausgerüstet. Und jetzt steht er auf diesem Schlachtfeld barfuß. Barfuß. Der kleinste Splitter kann den aufhalten. Und dieses Schlachtfeld ist mit Scherben und mit Steinen, Spitzensteinen übersät. Der kann kaum zwei Schritte vorwärts gehen. Ständig muss er auf seine Füße aufpassen. Ständig piekst ihm was. Ständig muss er schauen, wo er hintritt. Der kann nicht selbstverständlich kämpfen. Wenn er die Schuhe nicht anhat, hat er einen ganz geringen Aktionsradius. Und er kann so perfekt ausgerüstet sein in allen anderen Bereichen, wie er will. Wenn er die Schuhe zur Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, nicht anhat, dann kann er nicht viel ausrichten. Und das ist ein hilfreiches Bild. Wir brauchen diese Bereitschaft, Zeuge zu sein und ganz selbstverständlich unseren Glauben nach außen zu tragen. Im Alten Testament ist das in ganz ähnlicher Weise beschrieben. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Auch da geht es um die Füße. Auch da geht es darum, die Botschaft weiterzubringen, hat was mit den Füßen zu tun, mit dem Vorangehen zu tun. Jetzt ist es so, bei dieser geistlichen Waffenrüstung werden wir aufgefordert, das zu ergreifen, das anzulegen. Das ist nichts, was automatisch passiert. Das ist nichts, was der Herr uns irgendwie so überstülpt. Es heißt dort, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir haben das zu tun. Wir haben das zu ergreifen. Wir müssen im gewissen Sinne die Schuhe anziehen. Das ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft dazu, das Evangelium weiterzugeben. Die Bereitschaft dazu, Zeuge zu sein. Die Bereitschaft dazu, Menschen ein Wort der Bibel zuzusprechen. Die Bereitschaft dazu, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und ich lade dich ein, dass du da einfach einen Step weiter gehst und sagst, ich werde aus diesem Problem rauskommen. Ich werde das anziehen. Ich werde das anlegen. Und ich werde sehen, dass Gott durch mich andere Menschen segnet. Ein kleiner Tipp. Nimm einfach deine Bibel mit. Am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Tickst auf deinen Schreibtisch. Und wenn jemand kommt und ich frage, dann sagst du einfach, ach weißt du, dieses Buch, das ist einfach der beste Ratgeber für mich. Ich habe da schon so viele gute Sachen drin gefunden. Für mich. Und wenn dann Spott kommt oder Unverständnis, ist es häufig nur aus Grund von Unsicherheit. Lass dich doch davon nicht ermutigen. Sei doch nicht so abhängig von der Meinung von Menschen. Und biete stattdessen einfach an, du, wenn du mal ein Problem hast, können wir gerne mal reden. Können gerne mal beten. Ich habe gemerkt, Gebet hilft bei mir. Bei mir funktioniert das. Und vielleicht funktioniert es auch bei dir. Ganz locker, ganz normal. Nicht gleich die Leute mit einer Predigtot schlagen, sondern einfach so, dass du auf einem freundlichen Level einfach Zeugnis gibst. Und ich glaube, dadurch wird der Herr Türen öffnen und Möglichkeiten öffnen und wird dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. In dem Sinne glaube ich, der Herr möchte, dass du deine Schuhe anziehst. Und er möchte, dass du vorwärts gehst. Und er möchte dir zeigen, wie du siehst. Viel, viel mehr für dich hat. Musik 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 Untertitelung. BR 2018